Juhu! Ich hab endlich alle Materialien beisammen, um ein Tipi fertig zu bauen. Hey, how you doing, little mommy? Let me whisper in your ear. Komm, lass uns loslegen. Ups, wir fangen an mit den Holzstäben ein Gerüst zu bauen. Jetzt quatsch nicht doof rum. Ich hab gesagt Brust bauen, aber plötzlich... Ich muss die Stäbe ein wenig kürzer sägen, die sind zu lang. So, und dann nimmst du die Stöcker, packst in jeder Äcker ein und bindest die oben zusammen. So ungefähr. Wenn du das geschafft hast, ist das Schwierigste erledigt. Mein Assistent bindet noch eine Decke um mein neues Tipi, damit ich auch genug Privatsphäre hab. Juhu, und dann können wir auch schon einziehen. Hasi nehm ich mir als erstes vor. Nicht mehr schlagen, bitte, ich will ja alles machen. Mir gefällt's und ich zieh mich jetzt zurück. Und du folgst mir, damit du kein Abenteuer mehr verpasst.